Besser Experten in Fragen des Alters als ich, zumindest was die soziale Arbeit betrifft. Ich meine, meine Expertise im Zusammenhang mit der sozialen Arbeit reduziert sich ein bisschen darauf, dass ich an der Fachhochschule Wien unterrichte und viele Jahre davor schon an der Sozialakademie noch und in meinen Forschungen Themen berühre, die Sozialarbeitsrelevanz haben. Insofern habe ich mir gedacht, was ich nicht machen werde, ist Ihnen jetzt gewissermaßen sehr systematisch aufarbeiten, was ist der Altersstrukturwandel und welche Konsequenzen hat der 1, 2, 3, 4, 5 für die soziale Arbeit. Ich möchte eher bestimmte Aspekte herausgreifen, auf Probleme hinweisen und vielleicht auch auf die nicht ganz klaren Konsequenzen, die sich ergeben. Weil ich mir denke, dass der Pflegebedarf steigt, ist eh logisch. Das wissen wir. Wir wissen auch, dass die Pflege heute nach wie vor Großteils in der Familie geleistet wird, dass es Angehörige gibt, die unterstützt werden müssen, dass die ambulanten und stationären Dienste diversifiziert werden müssen. Ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Ich will Ihnen einfach ein paar Anregungen und Gedanken geben. Und den Anfangspunkt mache ich damit, dass ich mit einer kleinen Geschichte, die ich erlebt habe im Sommer, nämlich ich war in den Pyrenäen, in Foix. Foix ist eine Hauptstadt des Departements Ariège. Das ist im Süden von Frankreich. Und da findet immer im Sommer statt ein Festival, das heißt Resistanz. Und im Rahmen des Festivals gab es einen Film, die Kunst des Alterns, L'Art de Villiers. Und ich habe mir gedacht, das interessiert mich a. persönlich, b. natürlich auch professionell. Und haben wir dann diesen Film von einem gewissen Jean-Luc Renard angesehen. Und dieser Film hat, ich hoffe, das passiert jetzt nicht auch, dieser Film ist, war, begann unglaublich interessant. Er begann damit mit Bildern des eigenen Vaters. Also der kam zu der Thematik damit, dass sein Vater einen Schlaganfall hatte und pflegebedürftig wurde. Und jetzt filmt er seinen Vater. Er filmt seinen Vater, wie er sozusagen kaum das Buch blättern kann. Und er filmt den Vater, wie er da im Bett liegt und gepflegt wird. Und er filmt den Vater, wie er, das war eigentlich die beeindruckendste Szene im ganzen Film, allerdings schon nach drei Minuten, wie er den Versuch, eine Dixorolle im Rollstuhl sitzend hochzuheben. Und das Interessante war, also es war furchtbar anzusehen. Das hat nur vielleicht 30, 40 Sekunden gedauert, aber diese 30 Sekunden waren ewig lang. Es war unglaublich beeindruckend, bis er es geschafft hat. Der Film nimmt nach dieser Szene eigentümlicherweise eine Wendung. Er wendet sich nämlich zu Leuten, alten Menschen, die ein Gegenmodell bilden. Sozusagen den starken alten Leuten. Die jetzt beginnen zu erzählen, wie gut sie das schaffen, mit dem Alter umzugehen. Dass sie zwar alle möglichen Schmerzen haben, aber irgendwie, wenn der Schmerz weniger wird, freut man sich wenigstens, dass sozusagen, oder hat man den Schmerz wieder vergessen. Also irgendwie lauter positive, gesinnte Menschen, bis hin letztlich der Film, ungefähr 50 Prozent des Films, sich entwickelt hat rund um die Geschichte einer Frau von drei Freunden, die letztlich erzählen, wie sie ihre Sexualität erleben. Das heißt, dieser Film, der die Kunst des Altern schildert, weil ein Film, der beginnt mit gewissermaßen der Erfahrung des Vaters, der im Rollstuhl pflegebedürftig ist und endet in der positiven Vision, könnte man sagen, dass die Kunst des Alterns ist die Selbstbestimmung, ist die Entdeckung neuer Sinnlichkeit, entdeckt die Fähigkeit, auch neue, sozusagen neue Formen der Sexualität, des sinnlichen Lebens zu entwickeln. Und nun ist ja in der Tat die Entwicklung der Sexualität, also die Entdeckung der Sexualität im Alter ein Thema, das höchst relevant ist, sehr interessant, es geht nicht viele Jahre zurück, dass das überhaupt thematisiert wurde. Es gibt mittlerweile auch Filme, es gibt ja auch ein berühmtes Buch, wie heißt das, Nacktbaden oder wie so irgendwie, von einer etwas anrüchigen Qualität der Literatur, wie ich gehört habe. Mir ist trotzdem nicht wohl dabei. Mir war nach diesem Film überhaupt nicht wohl, weil diese Kontrastierung sehr problematisch ist. Also zum einen gewissermaßen diese Pflegebedürftigkeit, noch dazu im Grunde genommen das Potenzial, das der Film eingefangen hat, die Fähigkeit des Mannes, die dickste Rolle trotzdem aufzugreifen, wurde eigentlich gar nicht weiterentwickelt, sondern wurde gewisser kontrastiert durch die Fähigkeit, Sinnlichkeit neu zu empfinden. Jetzt sind das aber keine Gegensätze, sondern das sind gewisse Facetten des Alters, die also nicht in einer Gegensätzlichkeit zu sehen sind, wie das der Film gemacht hat, weil er auch ein bisschen mit den Farben gearbeitet hat. Vater war immer in Grau und Dunkel, vielleicht auch die Abarbeitung des eigenen Vaters. Auch die Mutter wurde einmal gezeigt, überhaupt im Dämmerlicht, das war ganz tragisch. Und dieser sozusagen unheimlich vergnügten Älteren, die über ihre Sinnlichkeit gesprochen haben. Das ist sozusagen zur Einstimmung und ich denke mir, ich werde noch einmal darauf zurückkommen, warum ich glaube, dass das Wichtige ist, sich mit solchen Produktionen des Bildes von Alter auseinanderzusetzen. In der Literatur, der wir begegnen, reichhaltigst zum Thema Altern, es vergeht kein Jahr ohne ein neues Handbuch zur Altersforschung, der Gerontologie, der Sozialkerontologie, das Altern für die soziale Arbeit, finden wir drei Sachen im Wesentlichen und auf die Spiegel gehe ich kurz ein. Zum einen sowas wie das Altern im Verhältnis zu allgemeinen Trends in der Gesellschaft. Das zweite, Alter im Sinn des Altersstrukturwandlers. Das dritte, das Strukturwandel des Alters. Auf die drei Sachen gehe ich kurz ein. Alter im Spiegel ist ein sogenannter Megatrends. Das ist eine, da gibt es ein Buch von einer Gruppe, der WU, das heißt Aging Society, da kommt das vor. Und das habe ich übernommen, weil das auch etwas ausdrückt, ein Konzept mit dem Alter, dann umgeht mit der Thematik. Also es sind diese sechs Thesen, und da sage ich ganz kurz was dazu, weil es natürlich schon interessant ist. Globalisierung und Migration und Mobilität wird hier das Thema. Klar, Altern ist weltweit ein Thema. Es gibt kein Land der Erde, wo es nicht einen Anstieg der Alten gibt. Absolut relativ. Zweitens, es gibt, Migration ist in dreifacher Weise ein Altersphänomen. Erstens mal nimmt die Migration weltweit zu und die Mobilität und die Menschen, die wandern, werden alt. Zweitens, alte Menschen wandern, gar nicht so wenige. Und dritten, zum Beispiel die im Mallorca lebenden Deutschen oder die Amerikaner, die im Alter nach Ungarn zurückkehren. Oder Wanderung im Alter ist ein beachtliches Phänomen geworden. Und es gibt vor allem jene, die für die Alten wandern, die Pflegekräfte. Also Sie sehen, Globalisierung und Mobilität sind ein großes Thema. Individualisierung, neue Lebensformen. Klar, darüber brauchen wir nicht viele Worte zu verlieren. Das Spannende ist eigentlich, dass wir entdeckt haben, dass die Altersforschung entdeckt hat vor 20 Jahren, 15 Jahren, dass auch das Alter etwas ist, wo sich Milieubildung und Lebensstil ausdifferenzieren. Das heißt, die Alten sind nicht homogen, sondern es gibt ganz unterschiedliche Lebensformen, bis hin zu ethnisierten Lebensentwürfen oder etwa das Älterwerden von gleichgeschlechtlichen Paaren und diverse Haushaltsformen und so weiter. Lebenslanges Lernen und Leistungsorientierung. Das ist überhaupt mein Lieblingsschlagwort. Und da muss ich jetzt springen zu einer anderen, nämlich lebenslanges Lernen und Leistungsorientierung. Das ist der Schlagwort des aktiven Alterns. Wie wird das definiert? Wie definiert das die WHO? Das kommt eben von der WHO sehr stark. Unterstützt von der Bandbreite aller sozial-gerontologisch-forschenden Forscherinnen und Forscher. Das heißt, das ist der Prozess der Optimierung der Möglichkeiten. Der Optimierung der Möglichkeiten. Gesundheit, fördern Lebensstil, soziokulturelle Partizipation sollen dazu beitragen, den Horizont der Möglichkeiten optimal auszuschöpfen. Also Potenzialaktivierung, Leistungsfähigkeit, Feminisierung als Querschnittsthematik, das ist ein interessanter Punkt. Nicht nur, dass das Alter überwiegend in unseren Gesellschaften weiblich ist. Also Frauen leben länger und überleben die Männer. Aber sie erleben das Alter objektiv, aber auch subjektiv anders. Das ist ein interessanter Aspekt, zu dem es ganz interessante Forschungen gibt. Zunahmen von Einkommensdisparitäten. Man könnte auch sagen, neue soziale Ungleichheiten oder soziale Ungleichheit im Alter ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und geändertes Nachfrageverhalten. Man könnte auch sagen, Konsum als ein Motor der Lebensstilgenerierung. Sie sehen, die Worte, die hier sind und die Alten als Konsumenten, beziehungsweise überhaupt die Frage, wobei sich viele Fragen daran schließen, die auch für die soziale Arbeit wichtig sind zum Beispiel, brauchen die Alten spezielle Angebote. Darüber gibt es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Und es überwiegt die Auffassung, glauben Sie, ja oder nein. Oder es kommt darauf an, es ist immer richtig. Nein, Sie brauchen nicht spezielle Angebote, weil das subjektive Leben nicht altersbezogen oder in der Minderheit der Fälle altersbezogen ist. Das heißt, wenn ich teilhabe an der Konsumgesellschaft, dann interessiert mich nicht ein Gewand, das mich als Alter kennzeichnet, sondern dann nehme ich das wahr, was mir die Konsumgesellschaft anbietet. Unabhängig davon, welche Altersgruppe das anspricht. Da gibt es ganz interessante, neuere Forschungen dazu. Was eigentlich, worauf ich auch hinaus wollte, ist, hinter diesen Begriffen, die Sie hier sehen, ist natürlich auch eine problematische Folie einer Ökonomisierung. Alle Begriffe, die Sie haben, sind Begriffe aus der Ökonomie oder spiegeln Tendenzen der Ökonomisierung wieder. Das ist ganz wichtig. Zweiter Punkt, was wandelt sich im Altersstrukturwandel? Erstens demografisch, also das ist der zweite Punkt, das habe ich schon angesprochen, darüber braucht man nicht viel zu sagen, das ist sozusagen ein Zahlenwerk. Weltweit nehmen die Alten zu, relativ nehmen sie zu, wobei die Jungen noch immer mehr sind, aber sie nehmen sie zu, die Alten, und die Hochaltigkeit und die Langlebigkeit nimmt sie zu. Wir können natürlich darüber diskutieren, was das heißt. Am Anfang bei der Intro haben Sie gesagt, eine alte Gesellschaft, eine graue Gesellschaft, warum nicht? Es gibt keine Bewertungsmaßstäbe dafür, ob ein bestimmtes Verhältnis von den Altersgruppen gut oder schlecht ist. Das ist etwas, worüber wir uns einigen müssen. Das ist nicht etwas, was gegeben ist. Es steht nirgends geschrieben in der Geschichte der Menschheit, dass ein bestimmtes Verhältnis für die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion vorteilhaft ist. Das ist eher eine Theorie aus dem 19. Jahrhundert, Malthus und diese Leute. Und der dritte Punkt, soziologisch. Was sagen denn die Soziologen? Also der Herr Teews, der 1993 spricht, neben dieser Hochaltigkeit, spricht er von Verjüngung, von der Entberuflichung. Also Verjüngung meint, man fühlt sich immer länger jung. Von der Entberuflichung, das heißt, die Leute gehen immer früher in Pension. Von der Feminisierung, immer mehr Frauen, also im Alter überwiegt der Anteil der Frauen und die Singularisierung. Viele nehmen allein im Alter. 1993 ist das publiziert worden und ich meine, ich brauche dazu, glaube ich, wir haben nicht sehr viel Zeit. Damit verknüpft man eine schöne neue Metaphernwelt. Die Kräfte des Alters, das war mein Professor Herr Rosenmeier. Die späte Freiheit, auch so ein Begriff von ihm. Die Kunst des Alters, die neuen Alten, die Weisheit des Alters, der Herr Baltes aus Berlin. Wunderbare Metaphern, die natürlich kontrastiert werden heute, 20 Jahre später, nachdem der Teews ein Buch veröffentlicht hat, mit einer ganz anderen sozialen Realität. Nicht, dass die Realität schlecht ist heute, sie ist anders. Sie ist zum Beispiel geprägt dadurch, durch stark auseinander treibende Geschwindigkeiten des Alters. Das heißt, die Art und Weise, wie gealtert wird, differenziert in unserer eigenen Gesellschaft. Das ist natürlich verbunden auch mit dem dritten Punkt der sozialen und ökonomischen Ungleichheiten. Das Altern, das subjektive Altern und überhaupt die Alterswahrnehmung, wann wird überhaupt das jemand alt gehen, wann wird jemand den Arbeitsmarkt überhaupt noch integriert, weil er jung, als jung wahrgenommen wird. Das hat sehr viel zu tun eben mit den sozialen Ungleichheiten. Wir haben sehr, sehr viel stärker diversifizierte Verortungen und Verwerfungen. Das heißt, man kann es auch anders nennen, Migration spielt hier hinein. Spielt natürlich eine Rolle, woher ich komme und wie ich alt werde. Nicht, weil vielleicht die Herkunft mich so prägt, auch, aber vielmehr, weil der Prozess des Herkommens und hier hinein mich schleifens in die Gesellschaftsspuren hinterlässt und eine bestimmte Perspektive erzeugt auf das älter werden. Und auch die Gesellschaft mich anders betrachtet. Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Der Herr Teebs hat darin überhaupt nicht gedacht. Diese Frage, dass sich das Altern möglicherweise, was man nennen könnte, ethnisch diversifiziert, kulturalisiert, wobei das ganz falsche Ausdrücke sind in dem Zusammenhang meines Erachtens. Also, dass Migration eine Rolle spielt, ist eine recht neue Entdeckung, obwohl gar nicht so wenige der heute Alten in Wien leben, zumindest Einwanderungshintergründe haben. Präkarisierung und Unsicherheit, das ist klar, Änderungen am Arbeitsmarkt, haben ihre Folgen im Alter. Das ist klar. Arbeitslosigkeit, auch vor allem diese neuen Dienstverhältnisse. Es gibt eine Kluft zwischen Autonomiegewinnen und verstärkten Abhängigkeit. Das ist eine alte Einsicht im Zusammenhang mit der Hochalterigkeit. Das verlängert die Autonomie, aber es verstärkt auch die Abhängigkeit. Es gibt neue Wunderwörter, Worte wie die Verwundbarkeit, die Wunderabilität, das uns sozusagen reduziert wieder zurück auf so etwas Biologisches, oder es kommt aus der Umweltforschung oder aus der Psychologie oder wie auch immer. Und es gibt Ausmusterungen und Unsichtbarkeiten. Das ist überhaupt ein unangenehmer Punkt, der mit dem Altern verbunden ist, aber der für die Gegenwartsgesellschaft sehr wichtig ist und wo die soziale Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Die Gegenwartsgesellschaft, sagt der Sigmund Baumann, dieser englisch-polnische Soziologe, ist eine der Wasted Lives. Damit meint er, die Müllmänner sind die Schlüsselfiguren der Gesellschaft. Weil die Müllmänner sortieren. Und die Sortierung ist das Kennzeichen der Gegenwart. Und das Kriterium der Sortierung ist die Nützlichkeit. Natürlich wissen wir alle, das Alter ist eine Phase der großen Nützlichkeit. Wir versuchen es seit Rosemeyer und Herab so zu definieren, die Gerontologen machen das, aber uns ist allen bewusst, dass Teile dieser Gruppe, der Bevölkerungsgruppe, gar nicht zu geringe Teile, eben nicht in dieses Nützlichkeitsschema fallen, also nicht unter dem Gesichtspunkt der Potentialität gesehen werden oder sich selber sehen, sondern eben gewissermaßen herausgemustert werden oder sich selber herausmustern und auch in der Unsicherheit verschwinden. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist für die Gegenwart. Im Unterschied zu dem Optimismus der 80er und 90er Jahre, die sich in dieser sehr tefischen Formulierung wiederfindet. Und da ist ein Zitat von diesem Baumann, der sagt, es ist die Grenze selbst, die den Unterschied zwischen beiden, den nützlichen Produkten, dem Abfall, erahnt oder buchstäblich heraufbeschwört, den Unterschied zwischen dem Zugelassenen und dem Abgewiesenen. Das ist eine verstörende Gedanke, deshalb, weil wir eigentlich die letzten 30 Jahre beharrlich daran gearbeitet haben, das Stationäre, die Verschloss, die Barrieren zu reduzieren und erkennen müssen, dass heute neue Mechanismen im Gang sind, diese Ausschließungen und dieses Ausmustern wieder herzustellen. Gut, ja, ich habe ja nur, glaube ich bin schon, meine Zeit ist fast schon ausgeschöpft. Ich habe da eine Liste, das habe ich jetzt im Englischen, habe ich irgendwo übernommen, wenn man gelacht hat. Irgendeine deutsche Literatur, da steht immer Freizeit und Bildung. Naja, oder solche. Die englische Literatur ist da irgendwie klarer. Was sind Aufgabenfelder? Und aus den Aufgabenfeldern natürlich erwachsen Anforderungen, die sehr speziell hier sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es eigentlich eine allgemeine, meines Erachtens, Schlussfolgerung zu sagen, das ist jetzt, die Anforderung an die soziale Arbeit gar nicht möglich ist. Sondern was wir sehen können ist, es gibt Diversity und Discentivation. Also es gibt Benachteiligung und Diversifizierung. Das erfordert Kompetenzen. Ganz klare, spezifische Handlungskompetenz im Alter. Gesundheit, Behinderung, Advocacy. Das ist ein, könnte man sagen, ein spezielles Handlungsfeld, wo es insbesondere geht auch um die Advokatenrolle, die Sozialarbeit für sich immer wieder beansprucht, auch wenn es sehr stark diskutiert wird. Das Thema Care, Caring, aber hier verknüpft auch mit den Networks, also eben der Verknüpfung von formeller und informeller, familiärer Pflege, Community Care, der gemeinschaftseingebundenen Pflege, die Demenz, ein Handlungsfeld, das wieder ganz andere Kompetenzen erfordert, als vielleicht die anderen. Housing and Residential Care. Dann die Sexualität und die intimen Beziehungen sind natürlich ein Thema auch für die soziale Arbeit. Weil ja die daraus resultierenden Ansprüche ans Leben oder die Konflikte nichts verschwinden. die Gewalt, ein neues Thema, langsam kommt es auf, der Tod und das Sterben, das bedeutungsvolle Altern als Thema, als Frage an uns in der sozialen Arbeit, das lebenslange Lernen und, dass man natürlich anders definieren kann, als ich das vorher gemacht habe, ein bisschen polemisch, und die Mobilität und die Mobilitätsansprüche oder Zwänge, denen auch ältere Menschen unterliegen. Ich habe noch eine Folie, die ein bisschen, vielleicht, die weiß ich gar nicht, ob ich die herzeige, weil die ist ein bisschen polemisch, aber es ist ja egal, ich zeige sie trotzdem her. Es sind bestimmte Vorstellungen, was soziale Arbeit alles sein kann. Die Wächterin des methodologischen Nationalismus, damit meine ich, irgendwie müssen wir aufhören, den Nationalstaat, noch dazu den nationalstaatlichen Wohlfahrtsstaat, immer als jenen Rahmen zu sehen, in dem gesellschaftliche Prozesse sich entwickeln und auch Probleme erzeugen. Natürlich ist es ein wichtiger Rahmen, aber es ist heute, wie auch schon, glaube ich, deutlich wurde, nicht der Einzige. Er ist durchkreuzt. Das ist ganz wichtig. Wenn wir uns daran zurückbinden, bleiben uns viele Kompetenzen verschlossen, die wir aber nötig brauchen. Soziale Arbeit als Müllmann, ein altes Problem der sozialen Arbeit, als Sortierer sozusagen. Soziale Arbeit als Caregiver, um die Verwundungen, Verwundbarkeit, zu pflegen, auszutrocknen. Soziale Arbeit als das generalisierte, gutes Problem mit der Ehrenamtlichkeit. Das ist ja auch gerade im Bereich der Pflege wichtig, weil es ja hier diese Schnittstelle gibt. Die Resilienzgeschichte, ein ausdifferenziertes Berufsfeld, was meines Erachtens es letztlich ist, hochprofessionalisiert. Oder doch, und das sage ich jetzt im Zitat eines Buches, oder eigentlich eines alten Buches, das Sie wahrscheinlich alle kennen, nämlich von Jean-Amarie, über das Altern. Nicht Resilienz, sondern Rebellion und Widerstand. Also er sagt ja, das Problem im Alter ist, dass man irgendwie existenziell damit konfrontiert ist. Und dass man daher auch existenziell sich individuell in der Prozess des Älterwerdens auseinandersetzt mit diesem Phänomen. Auch wir als Sozialarbeiter oder Sozialwissenschaftler, die wir dieses Thema beforschen, in unserer eigenen Prozesshaftigkeit des Älterwerdens. Das heißt, das muss sich nicht darauf beziehen, dass wir jetzt die Fahnen hochschwingen und sagen, wir kämpfen groß für irgendwelche andere, Rebellion, Widerstand für uns selber. Das ist hier gemeint. Damit bin ich am Schluss und hoffe vor allem auf eine Diskussion später dann. Danke. Vielen Dank. Es freut mich heute hier bei dem Symposium teilzunehmen. Es freut mich deshalb, weil ich gelernter Sozialarbeiter bin. Sozialarbeitswissenschaft ist etwas, mit dem ich mich beschäftige. Und gleichzeitig als Dienstleister sozusagen, Volkswilfe Niederösterreich war er jahrelang Geschäftsführer und habe direkt Pflege angeboten. Jetzt im Bund sozusagen ist eher die Aufgabe, gesamt die Organisation zu positionieren oder auszurichten, Stellungnahmen auf Pflegepolitik zu machen. Und es ist für mich sehr überraschend, dass so viele Menschen, so viele sich dafür interessieren, weil ja aus meiner Sicht, aber vielleicht Ihre mir auch, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen in der Pflege nicht die große Gruppe darstellen. Also das ist für mich spannend. Heute eigentlich, wie ich gesehen habe, unten Rotstift ausgebucht und der Bantocek das auch gesagt hat, dass Pflege und Sozialarbeit sozusagen so stark reflektiert und interessiert, was mir Hoffnung gibt, weil ich glaube, dass wir die Sozialarbeit dringend in der Pflege und Altenarbeit brauchen und möchte das auch begründen. Ich habe mir überlegt, so drei wesentliche Themen anzusprechen. Das erste ist, einen kurzen Überblick zu geben, wie die Pflegelandschaft sich zurzeit gestaltet. Zum zweiten einen Ausblick zu geben, welche Herausforderungen jetzt sozusagen wir in den nächsten zehn Jahren konfrontiert sind. Zum dritten die Ziele oder die Probleme oder die Überlegungen anzustellen, wie wir sie besser vielleicht lösen können oder welche Aktivitäten die Politik auch letztlich entfalten muss, um den Herausforderungen besser zu begegnen. oder aktuelle Probleme zu lösen. Das wäre so der eine Teil. Und der zweite Teil, da ist mir ein Anliegen sozusagen auch ein wenig einzubringen, wo die Sozialarbeit, die Sozialarbeitswissenschaft aber auch im operativen Sinn notwendig wäre und Antworten, Methoden in die Pflegearbeit einbringen könnte und sie damit auch besser entwickeln könnte. Vielleicht ein Chart zu Beginn, damit man sozusagen das Mengengerüst weiß, wir haben 435.000 Pflegegeldbezieherinnen in Österreich, also 435.000, die nach Bundespflegegeldgesetz sozusagen eingestuft sind und so klassifiziert sind in diesen sieben Stufen. Wer betreut diese pflegebedürftigen Menschen in Österreich? Sie sehen, diese enorm diskutierte 24-Stunden-Betreuung umfasst letztlich 2%. 58% natürlich sind noch immer, werden noch immer von den Angehörigen zu Hause betreut und gepflegt. 16% befinden sie in Pflegeheimen oder in stationären Einrichtungen und 24% werden zu Hause mobil gepflegt. Die Zahlen sind aktuell, die sind letzte Woche auch noch einmal abgeglichen werden im Bundesministerium für Soziales und Arbeit und Konsumentenschutz. Wenn man sich anschaut, dass wir oder wir sehen, dass wir vor einer Riesenherausforderung stehen und dass es wichtig ist, einzugrenzen und einzuschätzen, wie sich das sozusagen in Zukunft entwickeln wird. Jetzt mag ich es eher operationalisieren in der Einleitung von Ihnen. Sie haben das in einer anderen Weise praktisch auf der Metaebene gebracht, aber um das ein bisschen mit Zahlen auch zu versehen, von was wir reden. Vielleicht nur zum Hintergrund oder zur Quelle. Die Zahlen sind letztlich, oder die Berechnungen fußen von den Ländern, den Bundesländern im Sozialministerium abgegebene Daten. Wie Sie das einschätzen? Und da möchte ich gleich fünf Fragezeichen hinten anstellen, weil ich glaube, dass natürlich auch die Länder Interesse haben, nicht so hoch zu greifen und aus meiner Sicht die meisten eher sehr defensive Zahlen abgegeben haben. Aber man sieht allein, im stationären Bereich brauchen wir in zehn Jahren 25 Prozent mehr Plätze. Also man sieht jetzt war das 6.000 auf 77.000. Wir brauchen im stationären Bereich 6.500 Vollzeitequivalente, also Vollzeitequivalente. Das heißt, wir wissen, dass im Durchschnitt 25 Stunden bis 28 Stunden in dem Bereich gearbeitet wird. Also das heißt, von den Personen her noch viel mehr. Wir brauchen 60 Prozent mehr Einsatzstunden um den Pflegebedarf, den steigenden Pflegebedarf, nicht nur aufgrund der Demografie. Das ist der Hauptaspekt, der hier eingerechnet ist, aber auch aufgrund des Nachholbedarfs letztlich bedecken müssen. Das heißt, 15 Millionen Einsatzstunden derzeit in Österreich auf 20, 23 Millionen Stunden. und auch in der mobilen Pflege prognostizieren die Länderberechnungen 6.400 Vollzeitequivalente, die notwendig sind. Also das heißt, das ist ein extrem dynamischer Bereich und ich würde noch einmal dazu sagen, aus meiner Sicht ist es die Unterkante, weil die Länder mehr oder weniger von dem Status Quo ausgeben und den hochrechnen. Und wir sind der Meinung, dass dieser Status Quo eigentlich ein Mangel Status Quo ist, weil wir eine Landschaft haben, die nicht so ausgebaut ist, wie wir es gerne hätten. Deshalb sozusagen müsste man das aus meinem Standpunkt her auch dementsprechend erhöhen. Der dritte Chart, da mag ich von den Zahlen ein bisschen weggehen, aber ich glaube, auch das ist nicht unwichtig. Ich denke mir, die meisten von Ihnen wissen das wahrscheinlich, aber vielleicht auch noch einmal zur Einstimmung. in Summe gibt Österreich 4,2 bis 4,4 Milliarden Mitteln in der Pflege aus. Das setzt sich folgendermaßen zusammen, dass das Pflegegeld 2,374 Milliarden ausmacht im Jahr. Minister Hunsdorfer hat letzte Woche gesagt, es gibt kein Land der Welt und so kann man es auch sagen und es stimmt auch, wo 5,1 Prozent der Bevölkerung Pflegegeld beziehen. Also das gibt es sozusagen, also man kann es positiv auch formulieren, so wie er das letzte Woche in der Einleitung von den Pflegefondsverhandlungen eröffnet hat. Also wir finden auf der ganzen Welt kein Land, wo Pflegegeld so vielen Menschen auch in der Höhe sozusagen zugesprochen werden. Ich komme aber dann auch darauf zu sprechen, dass das nicht ausreicht, aber das ist sozusagen ein Standpunkt. Wenn man anschaut, dass die Pflegedienste zu finanzieren sind, dann sehen Sie, dass vom Pflegegeld her 720 Millionen die Menschen vom Pflegegeld faktisch bezahlen, um ihre Pflege finanzieren zu können und von den Pensionen 880 Millionen. Warum? Weil ja in den stationären wie mobilen Bereichen die beiden Komponenten entscheidend sind. Die Bemessung erfolgt immer vom Pflegegeld, auch von der Pension und damit ergibt sich sozusagen der Tagsatz, den die jeweilige Person zu begleichen hat. Entscheidend ist natürlich die Sozialhilfe und den Gemeinden mit 1,5 Milliarden, die die Länder und die Kommunen über die Sozialhilfeumlage sozusagen finanzieren und ein ganz ein neuer Bereich ist der Pflegefonds, den wir als Pflegefonds bezeichnet haben. Wir haben uns ja wesentlich mehr gewünscht und haben im ersten Anlauf noch nicht das erreicht, was wir als Volkshilfe oder andere Trägerorganisationen wollten, aber es hat dann jetzt sozusagen eine kurze, ein kleiner Fonds implementiert worden mit einem Pflegefonds gesetzt von 100 bis 235 Millionen. Das ist das, was jetzt aktuell zur Verfügung steht, um die Pflegedienste zu finanzieren. Und der Pflegefonds, der kleine, der jetzt praktisch mit 1. Juli in Kraft getreten ist, war ein Ergebnis aus einer sehr politischen Auseinandersetzung, dass die Länder halt auch gesagt haben, wir schaffen das nicht mehr, die Kommunen, wir schaffen das nicht mehr zu finanzieren. Und aufgrund von Verhandlungen mit den Trägern, BAG, Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohlfahrt, also wo Volkshilfe, Kanada, Diakonie, Rotes Kreuz und Hilfswehr gemeinsam auch verhandeln mit dem Ministerium, hat man sich sozusagen durchgerungen, an kurzfristigen Mitteln zur Verfügung zu stellen und bis Jahr 2014 einen Finanzausgleich, einen neuen zu entwickeln, der das komplett neu regeln soll. Und letzte Woche, Freitag, war die Einladung beim Minister, wo also alle Landesvertreter, Landesregierungen vertreten waren, die Sozialpartnerinnen und Sozialpartner, die Träger, so wie wir, Non-Profit-Organisationen und haben begonnen. Der Minister hat das vorgestellt und das ist vielleicht auch das ganz Aktuelle, zum Teil war es in den Medien zu lesen. Freitag war der Startschuss für einen Verhandlungsprozess, der ein Jahr dauern wird und im Herbst 2012 soll letztlich der Weiße Rauch aufsteigen und dann soll man es geschafft haben, die Pflegefinanzierung neu auszurichten. Und der Prozess ist jetzt so gestaltet worden, wo wir auch dem sehr zustimmend gegenüberstehen, dass wir nicht über die Menge, die finanzielle Notwendigkeit am Anfang reden und auch nicht sozusagen, woher man das finanziert, sondern dass wir zuerst einmal schauen, sollte gemeinsam, was wollen wir überhaupt, welche Bedürfnisse gibt es und aufgrund dessen das zu quantifizieren und dann am Ende in dem Prozess sich zu überlegen, wie man das bewältigen kann und über welche einnahmenseitigen Aktivitäten das finanziert werden kann. Also das ist sehr, sehr aktuell. Wir sind grundsätzlich glücklich darüber, dass das jetzt endlich startet. Es ist nur die Frage, ob es wirklich zum Erfolg führt, weil wir schon in den letzten zehn Jahren permanent in dem Bereich mahnen, dass es nicht so weitergehen kann, dass wir mehr Volumen, mehr Geldvolumen und Sachleistungen vor allem, Bereitstellung von Sachleistungen von sozialen Diensten notwendig sind und das ungenügend ist. Und einige Punkte möchte ich kurz eingehen. Das eine ist letztlich, das knüpft auch wieder an, demografischer Wandel, mehr Menschen, die pflegebedürftig werden. Also es muss gesichert sein, die Finanzierung gesichert sein, dass der Mehraufwand, der entstehen wird, gedeckt wird. Das zweite wesentliche Thema ist dieser Risikoausgleich. Also wenn man in Erinnerung ist, also wie ich begonnen habe in der Volkshilfe Niederösterreich, noch vor dem Pflegegeld, da haben die Leute durchschnittlich 15 Schilling pro Stunde bezahlt. Heute zahlen sie 28 Euro in der Stunde. Also man sieht, das ist natürlich eine unglaubliche Entwicklung, wie viele Eigenbeiträge stattfinden. Damals war der Bereich gestützt mit 95 Prozent, das heißt, das Land hat 95 Prozent der Pflegekosten eigentlich finanziert und der Eigenbeitrag war nur bei 5 Prozent. Heute haben wir das mit 50-50. Wenn man das ja vorgehende Chart hochrechnet, dann sieht man, dass die Eigenleistung der Betroffenen heute 50 Prozent ist. Natürlich, Pflegegeld liegt dazwischen. Also das heißt, man hat auch hier finanziell etwas getan, aber das ist also eine enorme Entwicklung und die Frage ist, wohin geht das? Und da ist mir wichtig, vielleicht eines zu sagen, dass die Pflegebedürftigkeit, das wird niemandem von uns abgenommen, es ist unser individuelles Risiko, wird man pflegebedürftig, wann, in welchem Umfang? Das ist etwas, was man vielleicht durch gesundes Leben und auf sich schauen beeinflussen kann. Und auch in der Demenzforschung gibt es also einige Ansätze in Richtung aktives Altern und diese Dinge. Aber letztlich ist es nicht kalkulierbar. Und heute ist es so, dass dieses Risiko, das Individuelle, letztlich auch ein finanzielles Risiko in erster Linie beim Einzelnen bleibt. Das heißt, wir haben keine solidarische Absicherung der Pflege. Wir haben eine solidarische Absicherung bei Krankheit, bei Unfall, bei Arbeitslosigkeit, bei Pension. Aber wir haben keine solidarische Absicherung für die Pflege. Und wir treten, und ich trete sehr stark ein, dass wir zu einer solidarischen Absicherung kommen sollen. Und dass es ein klares, transparentes Berechnungssystem gibt, auf was habe ich wann Anspruch. Und da wäre schon der erste Gedankengang für mich sozusagen an der Adresse der Sozialarbeitswissenschaft. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen im nächsten Jahr, wie kann man das quantifizieren und wie kann man solche Parameter entwickeln, um eine Sicherheit den Menschen zu geben und dieses sozusagen Modell dann im Ministerium und Länder Verhandlungen einzubringen. Das ist deshalb, finde ich, interessant, weil jetzt die Menschen, und da springen wir praktisch auf einen Punkt, der am nächsten Chart steht, dass es unglaubliche Unterschiede gibt in den Ländern. Also du kannst den Klick haben, lebst den dem Bundesland aus der Welt, lebst den anderen. Und jeder Landeshauptmann oder Landeshauptfrau stellt sich hin in den Gesprächen und sagt, wir haben das beste Pflegesystem, wir sind so stolz drauf. Und jeder hat wirklich auch Elemente, worauf er stolz oder sie stolz sein kann, aber es gibt viel Manko. Und es ist eine geringe Bereitschaft, einfach sich andere Projekte, Lösungsansätze wirklich ernsthaft anzuschauen, zu evaluieren oder vielleicht ins eigene Bundesland zu übertragen. Und am deutlichsten wird es, was das Mengengerüst betrifft, das individuelle Mengengerüst vom Pfleger. In Oberösterreich und in der Steiermark wird durchschnittlich eine pflegebedürftige Person sechs Stunden monatlich betreut. In Niederösterreich 21 Stunden, in Wien 33 Stunden. Also das ist etwas, was mit Föderalismus oder regionale Anerkennung von Spezifikationen nicht zu erklären oder zu rechtfertigen oder zu verteidigen ist. Und das ist das, was wir meinen, dass das so in Zukunft letztlich nicht gerecht ist, weil alle dieselben Steuern zahlen, aber unglaublich verschieden und unterschiedlich in den Ländern behandelt werden. Das nächste ist, warum entsteht es, dass zum Beispiel in Oberösterreich die Kundinnen oder die Pflegebedürftigen pro Stunde sehr wenig zahlen müssen, im Verhältnis zum Beispiel zum Burgenland, auch zu Niederösterreich. Jetzt könnte man sagen, naja, dann müsste ja eigentlich gerade in dem Bundesland, wo es so günstig ist, eine hohe Nachfrage sein, die ist, nur wird es dort kontingentiert. Das heißt, es gibt nur gewisse Menge pro Einheit, die zugelassen wird oder die man abrufen kann. Das ist so ein Punkt. Oder in der Steuermark haben wir eher die Situation, dass man einen höheren Preis hat und deshalb reguliert sozusagen die Mengen gerüstete das Land über diesen Zugang. In Niederösterreich gibt es ein System, das im Prinzip versucht, einen Grundsockel sozusagen zulassen und dann, wenn du darüber hinaus über 60 Stunden raus, dann gibt es ein Abklärungsverfahren, um mehr Stunden in Anspruch zu nehmen und in Wien gibt es überhaupt Sozialspränge, wo das nicht über die Träger läuft, sondern wo Zuteilungen passieren. Also was ich damit ausdrücken mag, extreme Unterschiede, wo unsere Haltung ist, das ist nicht sozusagen regionalisiert erklärbar im positiven Sinn, sondern die Unterschiede werden sozusagen auch aufgrund der finanziellen Gegebenheiten auch gemacht oder der politischen Ausrichtung und das würden wir gern wegbringen und noch einmal Sozialarbeit wäre zum Beispiel ein Thema, gemeinsam mit Sozialarbeitswissenschaft mit der Pflegewissenschaft, sich zu überlegen, wie könnte man beispielsweise am Bundespflegegeld gesetzt, wo wir sieben Stufen haben, also man könnte das jetzt einmal probieren, dass man sagen, wir haben sieben Stufen, das ist einmal definiert, da gibt es eine relative Übereinstimmung, noch dazu, wo im letzten Jahr die Demenz Beeinstufung hineingekommen ist, dass man sagt, was ist, wenn wir mal das versuchen zu klassifizieren, Pflegestufe 1, 2, 3, das wäre objektiv sozusagen ein Minimum-Maximum-Betreuungsrahmen und dann im Subjektiven zu schauen in der Anamnese durch soziale Diagnostik, durch Pflegeeinstufungsverfahren, wie viel jetzt diese Person tatsächlich braucht und da gibt es wiederum die individuellen Faktoren und die Faktoren der Rahmen, also in welchem Haushalt lebt der, ist der barrierefrei, Altersgereicht oder nicht und das schlägt sich natürlich sofort auf die Stundenmenge nieder und im Abschluss könnte man versuchen ein Modell zu entwickeln, auch wiederum aufbauen auf soziale Diagnostik und Tools wie zum Beispiel Netzwerkharten etc., wo man versuchen könnte, dann die Ressourcen, die auch da sind im familiären Verband, zu schauen, wo sind die, wie kann man die heben und wie könnte man Angehörige hier gut integrieren und dann auf ein klares Betreuungskonzept zu kommen und das wäre sozusagen der Wunsch, noch nicht ans Christkind, aber letztlich, das werden wir versuchen in die Verhandlungen einzubringen und auch ein Modell zu entwickeln, dass das ein Transparentes ist und dazu führt, dass ich weiß, wenn es mir mal passiert oder einer Angehörigen passiert, dass ich letztlich weiß, wie es so verfahren ausschaut und dass ich dann auch Sachleistungen in Anspruch nehmen kann, weil Pflegegeld ist das eine, dass das nicht valorisiert worden ist, kommt dazu, dass natürlich die individuelle Menge des Pflegegeldes in den letzten 15 Jahren enorm minimiert worden ist, das war früher wesentlich mehr wert, das hat ja nur eine Valorisierung gegeben, aber das Geld allein pflegt nicht, also wir brauchen auch die Dienstleistungen, die dann abrufbar sind, um Pflege dazu von außen her zu unterstützen, also das war so ein wesentlicher oder ein paar wesentliche Themen, die, was die Zielsetzung betrifft, Pflegebedürftigkeit, gerade Sozialarbeit, ist natürlich ein Armutsrisiko in allen Armutsberichten, also ist natürlich ein extrem signifikanter Zusammenhang mit Pflege und Armut. Was wäre mir jetzt noch wichtig, Transparenz, habe ich gesagt, ja, Ausbildung, es ist sicherlich entscheidend, das hat man eh gesehen, wenn man stationären und mobilen Bereich hochrechnet, dann sind das mindestens 13.000 zusätzliche Vollzeitäquivalente, die man in 10 Jahren braucht, das heißt, in Köpfen sind das 15.000 Personen und da muss etwas getan werden. Und da knüpft also sozusagen für mich diese Einstiegs- Position an, dass Sozialarbeit, Sozialarbeitswissenschaft in dem Bereich eine ganz wichtige Bedeutung erfahren könnte und allein, wenn man sagt, das wird schon schwer erhebbar sein, dann wäre es durchaus eine Möglichkeit, dass Sozialarbeit in Zukunft, in 10 Jahren, ebenfalls in solchen Charts des Ministeriums vorgesehen wird. Weil momentan finden wir alle Pflegebetreuungsgruppen, aber wenig Sozialarbeiterinnen. Ich möchte aber drüber springen, damit ich mich vielleicht auf den Punkt nochmal konzentriere, ein Ziel ist die Sachleistungen, auf das habe ich Bezug genommen und da würde ich auch so einschätzen, vor 10, 15 Jahren hat es in den Ländern noch zum Teil mehr Experimente gegeben, welche Methoden man implementieren soll und aufgrund der knappen Kassen erleben wir das, dass das immer schwieriger wird. Das heißt, das ist das, was definiert ist, mit Tagsätzen versehen ist, relativ klar, aber es gibt in wenigen Bereichen so die Möglichkeit neue Methoden auszuprobieren und wenn ihr gerade an die Angehörigenbereich denkt, dass wir hier den Bereich sträflich vernachlässigen, indem man die Angehörigen einfach sich überlegt, wie kann man die besser unterstützen, empowern, damit sie letztlich auch in Zukunft über längere Zeit unterstützend wirken können in Familiensystemen und da gibt es wenig neue Modelle, am stärksten vielleicht noch in der Tagesbetreuung in einigen Bundesländern, wo man in Richtung Demenzgruppen geht und wo man betreute Wohnformen geht, das sind so die Dinge, die zurzeit eher die Bereiche sind, die entwickelt werden. Soweit zu den Zielen werden, das war der Überblick über die Pflegelandschaft, über die Institution, über die Notwendigkeiten in den zehn Jahren und die Herausforderungen. Mir ist jetzt noch wichtig, als zweites Thema einzubauen, sozusagen, welche Qualitäts- und Effizienzsteigerungen, Prozessverbesserungen in der sozialen Arbeit habe ich mich getraut, draufzuschreiben, weil in erster Linie ist es noch eine Pflege, Arbeit und Domäne, Qualitätsmanagement, Patientinnenorientierung, Gleichheitsorientierung. Also Patientinnenorientierung wäre vielleicht schon eine Antwort, sozusagen, auf Ihre These, dass wir mehr leisten sollten, als nur zu sortieren, sondern tatsächlich eine Orientierung und eine Fokussierung auf die Bedürfnisse der Personen zu haben. Und das setzen wir natürlich auf mehreren, Meso-, Mikro- und Makroebene an. Es gibt verschiedene Definitionen von Qualitätsmanagement. Und in dem Bereich ist mir nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, eine Übereinstimmung zwischen den Zielen des Gesundheitswesens und der Kundinnen oder der Betroffenen zu kriegen. Und da wäre mir ein Satz wichtig, dass ich das selbst als Anbieter gerne sagen mag. Der ökonomische Druck auf Sozial-Profit-Organisationen ist enorm hoch. Das heißt, was bedeutet das? Die Tagsätze werden geringer, die Stundensätze geringer. Man steht als Geschäftsführer ihn ziemlich unter Druck. Das führt dazu, dass du ständig, wenn man sich zurückdenkt, die Folie auf dieser Meso-Ebene, auf der Strukturebene, da die Prozesse anschaust. Wie kann ich Abläufe innerhalb der Organisation minimieren oder optimieren? Wie kann ich Kosten minimieren? Und die Gefahr dabei ist, dass diese Qualitätsziele in Organisationen die Pflege oder Sozialarbeit durchführen, nur mehr in den eigenen Strukturen sie abspülen. Und das ist auch meine Kritik oder Selbstreflexion, wo man aufpassen muss in der eigenen Verantwortung in solchen Organisationen, dass du nur mal schaust, wie kriegst du die Organisation möglichst schlank hin, da einsparen. Aber man schaut kaum mehr auf die Klientinnenprozesse hin. Also ich stelle daran, wie viele Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer, ich beziehe das durchaus auf mich, wie viel Zeit nehmen wir uns in den Führungspositionen, die Kernprozesse anzuschauen. Das ist so ungefähr, wenn ich sage, ich bin eine Autofirma und ich kümmere mich nur um die interne Verwaltung, optimiere das, aber schauen wir nicht mehr das Produkt an. Also das wäre tödlich für Organisationen. Aber das ist etwas, wo ja auch natürlich die Kritik an die Finanzielle ist, dass man viel zu wenig verlangt von den Organisationen, die Kernprozesse. Und der Kernprozess ist immer die Klientinnenprozesse anzuschauen. Was kann ich dort verändern? Und wenn ich das begreife, dann kann ich zum Beispiel feststellen, wie kann ich Angehörige oder wie man immer in ein Netzwerk reingrehen, um mehr oder vielleicht sogar kostenminimierend oder wenigstens dämpfend oder vielleicht stabilisierend zu wirken. Ich werde es überspringen. Etwas, was mir auch wichtig erscheint, wenn es um die Patientinorientierung geht, dass wir diesen Prozess als dynamischen begreifen und dass es um eine Interaktion in der Qualitätsfeststellung geht. Wie viel Zeit habe ich noch? Keine. Keine. Okay, dann komme ich zu Ende. Aber ich würde nur gerne den Schluss so versuchen zu formulieren, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass die Sozialarbeit Beiträge leisten kann, dass Sozialarbeitswissenschaft viele Methoden entwickelt hat, die in der Pflege anzuwenden werden. Ich denke eben an Empowerment. Es geht um die Frage der Risikoabwägung in der sozialen Diagnostik. Und diese Elemente fehlen uns. Und das ist sozusagen mein Aufruf. Und deshalb war die Überraschung und Verwunderung, dass so viele Sie auf einem Sozialarbeitssymposium für das Thema interessieren. Und ich würde mir wünschen, wenn wir uns in zehn Jahren da begegnen und die Sozialarbeit eine größere Rolle in der Pflegearbeit spielen könnte. Danke. Eine Sichtweise fehlt uns noch, nämlich die Sichtweise der Fachhochschule St. Völk. Danke. Ja, ich möchte berichten über ein Projekt, das eigentlich unmittelbar anschließt, wo der Herr Fenninger aufgehört hat. Wir haben uns beschäftigt mit Möglichkeiten und Grenzen Familien- und Pflegebegleitender sozialer Arbeit mit Älteren und Angehörigen. Es war ein Projekt im Rahmen des Masterstudiengangs Soziale Arbeit. 13 Studierende haben hier über zwei Jahre lang mitgearbeitet. Und über diese Ergebnisse möchte ich Ihnen ein bisschen näher berichten. Vielleicht jetzt zur Einordnung hier auf Christoph Rheinbrecht zurückkommen. Das ist natürlich nur ein Bereich, wo soziale Arbeit tätig ist. Nach seiner Liste wäre es so der Bereich Caring Networks and Community Care. Also sozusagen, es ist ein gewisser Ausschnitt. Und es ist uns auch klar, dass jetzt nicht soziale Arbeit damit alles abdeckt oder dass wir da alles abgedeckt haben. Und soziale Arbeit, das möchte ich auch vorausschicken, sich jetzt nicht nur auf, unter Anführungszeichen, den Problembereich Pflege konzentrieren soll. Also doch immer mit diesem Bild des problematischen Alterns verbunden ist. Nichtsdestotrotz erscheint es uns wichtig. Ich möchte ja nicht auf Details eingehen. Es gibt auch einige Entwicklungen, die eine wesentliche Voraussetzung waren, warum wir uns so intensiv damit auseinandergesetzt haben. Es ist auch schon gefallen, die demografische und soziokulturelle Entwicklung. Die Gesellschaft wird älter. Es ist allerdings so, dass Menschen sozusagen älter werden und auch ein größerer Anteil von Menschen gesünder älter wird. Nichtsdestotrotz wird die Zahl der älteren Menschen sehr stark steigen. Und der Pflegebedarf, das ist auch herausgekommen, wird steigen in dem Zusammenhang. Gleichzeitig, als zweite auseinanderstrebende Kraft haben wir die Entwicklung der Erwerbstätigkeit. Die Personen, die hauptsächlich die Pflegetätigkeit heute ausüben, das sind vor allem Frauen im Alter ab 50, 55 plus gegen 60 hingehend. Auch in dieser Altersgruppe wird die Zahl der Erwerbstätigen stärker sozusagen steigen. Das heißt, die potenziellen Leute, die das bisher gemacht haben in diesem, und Erich Fenning hat es ja gezeigt, dass ja hier der große Anteil an Pflege stattfindet, ist nicht zu erwarten, dass selbstverständlich sozusagen hier das Potenzial zur Verfügung steht. Das heißt, hier haben wir zwei auseinanderstrebende Kräfte. Und die dritte ist, Norm und Werthaltungen. Eigentlich zeigt alle Generationenstudien in Österreich oder auch international, das ist auch ein neuerer Trend in der Forschung, dass nach wie vor eine sehr hohe Bereitschaft, eine hohe intergenerationale Bereitschaft, die Pflege zu machen. Und das ist ein Spannungsdreieck, das diese Feldbetreuung und Pflege zu einer größeren Herausforderung machen wird. Wie kann man das hinbekommen, sozusagen unter den sich verändernden Rahmenbedingungen? Weiterer Punkt, die Hilfsangebote in der Alpenbetreuung sind in Österreich sehr stark von der Berufssparte der Pflege und Medizin dominiert. Die soziale Arbeit, auch das ist schon gefallen, nimmt nur eine marginale Randstellung ein. Und das ist auch hier durchaus kritisch angesprochen worden, das haben Sie selbst jetzt sehr kritisch reflektiert, also über die medizinische Pflege hinausgehenden Bedürfnisse der betreuten älteren Personen und ihre relevanten Angehörigen findet eigentlich nur marginal und implizit Berücksichtigung. Und es fehlen eigentlich Forschungsarbeiten, die ganz explizit auf das hin sozusagen abzielen. Und das war für uns der Ausgangspunkt der Forschung. Wir haben uns ganz konkret orientiert in mehreren Phasen, in der Recherche-Phase, zunächst einmal mit Literatur auseinandergesetzt und dann in einer intensiven Erhebungsphase 16 Fallstudien erhoben, wo pro Fall, also Interviews mit pflegenden Ehegattinnen den pflegebedürftigen Personen selbst und den professionellen Pflegekräften durchgeführt worden, um sozusagen die Sichtweise der Betroffenen in den Blick zu bekommen. Das heißt sozusagen 16 Fälle, natürlich ist es nicht überall gelungen, die gesamte Palette zu interviewen, dennoch haben wir versucht, also mehrere Sichtweisen zu bekommen und tatsächlich die Bedürfnisse, also die subjektive Sichtweise der Menschen, die davon betroffen sind, in den Blick zu bekommen. Das wurde ergänzt mit Interviews von Expertinnen aus der Altenarbeit und wir haben das dann inhaltsanalytisch ausgewertet. Entstanden sind vier Masterthesen, an denen mehrere Kolleginnen gearbeitet haben. Die eine hat sich beschäftigt mit den Bedürfnissen von älteren pflegebedürftigen Menschen, die zweite mit Möglichkeiten und Grenzen sozialer Diagnostik, die dritte mit Möglichkeiten und Grenzen sozialarbeiterischer Hilfe und die vierte mit Möglichkeiten und Grenzen von Case Management. Und ganz kurz möchte ich Ihnen einen Einblick, mehr kann es in dieser Viertelstunde nicht sein, geben. Geplant ist für das nächste Jahr, wir arbeiten derzeit daran, dass die Ergebnisse kompakt in einer Publikation verarbeitet werden. Das ist sozusagen das Ziel. Zu den Bedürfnissen von älteren und pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen, ganz kurz zusammengefasst. Also zu Beginn, wenn man das jetzt versucht, zusammenzuschauen, das ist eine sehr knappe Zusammen-, Versuch einer sehr knappen Zusammenschau, also zu Beginn ist der Menschen sehr wichtig, dass sie pflegerelevante Informationen haben und zu einer adäquaten Pflegeinfrastruktur kommen wollen. Wichtig ist auch, eine ausreichende finanzielle Basis zu haben und was den Menschen auch wichtig ist, also sehr gute Betreuung, so weit wie möglich, selbst bieten zu wollen. Ein ganz zentrales Thema und das ist sozusagen auch ein Angelpunkt, das ist das Thema von Betreuungssicherheit für die von Ihnen betreuten und gepflegten älteren Angehörigen unbedingt zu gewährleisten und da ist es sozusagen der Angelpunkt auch für viele Schwierigkeiten, weil das ist genau das, was den Menschen schwer macht, sozusagen sich selbst Auszeiten zu nehmen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, weil das Thema sozusagen Betreuungssicherheit, also das sich verantwortlich da fühlen, sehr, sehr stark im Vordergrund steht. Wichtig sind auch Themen wie Wertschätzung und Dankbarkeit für die Pflegeleistung von den von Ihnen betreuten Personen zu erfahren. Auch das hat sich als zentrales Thema herauskristallisiert und für pflegende Ehegatte, um hier nur einen Punkt herauszugreifen, ist natürlich der kommunikative Austausch mit dem eigenen Ehepartner für eine befriedigende Aufrechterhaltung der Paarbeziehung auch ein wesentlicher Punkt und da ist natürlich auch sehr stark die Frage, wenn das nicht mehr in der Form gelingt, was das bedeutet. Wenn man sich die Bedürfnisse der gepflegten Personen anschaut, zeigt sich, dass dieses Zuhause bleiben zu können und im eigenen gewohnten Umfeld von den eigenen Angehörigen betreut zu werden, wichtig ist, auch finanziell gut abgesichert zu sein. Wichtig ist auch das Thema Kontinuität in der Betreuung und Pflege von mobilen Hilfs und Pflegekräften zu haben. Also, dass auch hier immer wieder auch die gleichen Personen kommen. Dann ein ganz zentrales Thema war Autonomie und selbstständige Gestaltung des eigenen Lebens. Das vielleicht auch ein bisschen an den Film erinnert mich, das ein bisschen anknüpfend. Also auch der Wunsch eigentlich, sich Eigenständigkeit zu bewahren. Auch nicht überversorgt zu werden, sozusagen. Auch das fällt ein bisschen in diesen Themenbereich hinein. Auch Privatsphäre und Schutz des Privatbereiches waren wesentliche Punkte. Jetzt, das ist nur, ich werde nicht auf den Detail eingehen, Sie sehen das sozusagen, wenn man das jetzt grafisch veranschaulicht, da eine gewisse Deckung in vielen Bereichen in den Bedürfnissen erkennbar sind, sowohl von den gepflegten Personen selbst als auch von den betreuenden älteren Angehörigen. Auch sehr vereinfacht, schematisiert sozusagen, zu sagen, kann man sagen, wir haben doch eine Tendenz feststellen können, dass der Belastungsgrad vor allem bei jenen Personen sehr hoch ist, die ihre Eigenbedürfnisse sehr stark in den Hintergrund stellen. Also das ist tendenziell bemerkbar gewesen in jenen Fällen, wo wir draufgekommen sind, es besteht keine Möglichkeit, auch weil nicht entsprechende Ressourcen vorhanden sind, sich auch einmal eine Auszeit und so weiter zu gönnen. Und die eigenen Bedürfnisse, sozusagen, in den Hintergrund gestellt sind, ist die Belastung tendenziell höher. Und besser geht es den Menschen, die es irgendwie schaffen, sozusagen, neben diesen herausfordernden Notwendigkeiten der Pflege, auch sich sozusagen ein gewisses, gewisse Freiräume zu schaffen, wie auch immer das organisiert wird. Das hat uns eigentlich im Lauf des Prozesses darauf gebracht, überhaupt einmal den Blick, das ist sozusagen ein Plädoyer auch für eine erweiterte Betrachtung der Betreuungs- und Pflegesituation älterer Menschen. Denn im Moment ist es noch so, dass eigentlich auch die sozialen Dienste und alle konzentrieren sich eigentlich auf die gepflegte Person oder zu pflegende Person. Das ist diejenige Person, die im Zentrum steht. Aber das Umfeld, das das organisiert, dass das gelingt, das ist eigentlich sozusagen bisher, würde ich sagen, systematisch vernachlässigt. Also soziale Arbeit, sozusagen der Ansatz ist, müsste ein erweiterten Blick auf sozusagen das soziale Umfeld nehmen, dass man sagt, okay, es ist genauso wichtig, sich das Netzwerk, die Netzwerke der involvierten Personen genauso anzustellen. Unter dem Stichwort, das auch, bringe ich ein Zitat, sozusagen, um gute Pflege machen zu können, muss es mir gut gehen. Das ist sozusagen jetzt ein idealtypisches Zitat einer Angehörigen. Und denke, aber es spricht für vieles, wo ich sage, ja, diejenigen, die eigentlich die Hauptleistung, würde ich sagen, erbringen, so systematisch zu vernachlässigen, wie es bisher passiert. Ich denke, das ist die Herausforderung, überhaupt einen erweiterten Blick zu bekommen auf dieses Setting. Also das ist sozusagen ein Plädoyer, das wir da in dem Sinn erarbeitet haben. Jetzt gibt es unterschiedliche Zugangsweisen. Die Kolleginnen Elbe und Fritza haben sich mit Fragen der sozialen Diagnostik auseinandergesetzt und dabei ein Modell entworfen, sozusagen, wie denn auch sozusagen ein Stück der Zugang gelingen kann. Hier ist sozusagen ein Modell entwickelt worden zur praktischen Anwendung und Umsetzung sozialer Diagnostik in der ambulanten Altenpflege. Sie haben in Anwendung an Nikolaus einen Assessment-Bogen zur Erfassung der sozialen Situation entwickelt. Das heißt, das ist ein Kurzfragebogen, wo so wesentliche Fragen operationalisiert worden sind, wo man Belastungssituationen oder das soziale Umfeld der Menschen sozusagen erhebt und das könnte durchaus durch mobile Pflegedienste im Rahmen des erweiterten Pflegeindex gemacht werden. Also dass man den Menschen diesen Fragebogen übergibt. Der kann sozusagen auch ausgefüllt werden und der könnte einen ersten Hinweis darauf geben, also es mit einem Punkteschema versehen, wo man sagt, okay, wenn da eine gewisse Punkteanzahl erreicht wird, kann man von einer gewissen problematischen Situation sprechen und man sagt, es wäre vielleicht günstig, wenn man sich dieses Pflegesetting ein Stück näher anschaut. Denn eins muss man schon sagen, manche Leute kommen ja sehr gut so auch zurecht, ohne dass sozusagen soziale Arbeit notwendig wäre, aber es geht in einem ersten Zugang einmal zu schauen, was sind denn von Anfang an vielleicht Situationen, wo es günstig wäre, dass hier ein näherer Blick gemacht wird. Und hier ließe sich dann eine Situation oder Situationen einmal relativ rasch vielleicht identifizieren, wo man sagt, okay, hier wäre es günstig, näher mit den Angehörigen auch zu arbeiten, sich das näher anzuschauen. Und dann in einem weiteren Schritt sind verschiedene Instrumente bestehende, sozialdiagnostische Instrumente, die auf den Pflegekontext hin adaptiert wurden, Vorschläge entwickelt wurden, wie man hier sozusagen Erhebungen machen kann, aber Erhebungen im Verständnis sozialer Diagnostik, das durchaus schon als Intervention verstanden wird. Also Arbeit mit der Netzwerkkarte, spezifisch auf den Pflegekontext hingedacht, dass schon auch eine Intervention darstellt. Ähnlich ist sozusagen der Vorschlag mit einer Ecomap, sich Netzwerke, bestehende Ressourcen relativ rasch auf den Pflegebedarf hin orientiert, wurden hier Vorschläge gemacht. Also hier einige Ideen, wie man sozusagen auch einmal vielleicht Fälle identifizieren kann und durchaus auch schon erste Schritte machen könnte. Im Bereich sozialarbeiterische Hilfen wurde gerade sozusagen auf Basis der Ergebnisse mehrere Themen, mehrere Vorschläge, mehrere Teilthemen näher angesehen. Das ist das Thema sozialarbeiterische Informationsarbeit. Hier wurde ja klar festgestellt aus den Fallerhebungen, dass die Menschen ja systematisch Informationen negieren, solange sie nicht davon betroffen sind. Erst zu dem Zeitpunkt, wo man es wirklich benötigt, sagt man, wir haben noch nie Information bekommen, was natürlich subjektiv in dem Sinn, wo auch zum Teil zugegeben ist, es hat mich bisher nicht interessiert. Auch hier wurden Ideen entwickeln, wie man versuchen kann, Informationen zu bündeln und vielleicht auch grundsätzlich Informationen zu verbreitern, auch andere Gruppen mit einzubeziehen, sodass vielleicht schneller auch verwiesen werden kann. Ein zentrales Thema, auch sozialarbeiterische Beratung, hier wurden Vorschläge entwickelt, Adaptionsvorschläge der motivierenden Gesprächsführung auf den Kontext der Pflege hin, wie sozusagen gerade in ambivalenten Betreuungssituationen geholfen werden kann, also ganz konkrete methodische Vorschläge, wie man hier sozusagen unterstützen könnte. Ein zentrales Thema, Empowerment für pflegende Angehörige, auch hier wurden sozusagen einige Vorschläge gemacht, eine Adaption der Idee der Family Group Conference auf den Kontext der Pflege hin, erste Ansätze dazu, eine Adaption des lösungsfokussierten Ansatzes auf den Kontext der Pflege, auch Ansätze zur Netzwerkarbeit, sozusagen entwickelt, ganz spezifisch unter diesem Gesichtspunkt. Dann ein zentrales Thema, war auch sozusagen Autonomiewahrung, Pflegebedürftigen, eine Kollegin hat sich hier ganz spezifisch mit diesem Thema, das den alten Menschen so wichtig ist, dass sie selbstbestimmt ihr Leben gestalten können. Auch hier wurden Ideen, Weiterentwicklungen, Konzepte entwickelt, wie man sozusagen Sozialarbeit unterstützend wirken kann, im Sinne von Biografiearbeit, Psychoedukation und Validation, hier unterstützende Arbeit zu machen. Und eine andere Arbeit, sozusagen mit mobile Pflege und soziale Arbeit, ein spezifischer sozialarbeiterischer Blick auf die Situation von Pflegekräften, auch hier Ideen, wie hier Sozialarbeit wirksam werden könnte. Es liegt die Frage der Implementierung, auch dazu einige Überlegungen der Arbeit, also man hat sich gedacht, Beratung pflegender Angehöriger und pflegebedürftiger Menschen vielleicht auch in Familienberatungsstellen zu integrieren, viel stärker auch bei Pflegestammtischen präsent zu sein, aus dieser sozialarbeiterischen Sicht. Neue Angebote werden sozusagen unabhängige Berufsgruppen vielleicht auch in die Informationsarbeit einzubinden, nur dass sie mal so Basisinformationen haben, da wird durchaus auch ungewöhnlich an Friseurinnen, Bankangestellte und so weiter gedacht, die jetzt nicht im Detail informiert werden, sein sollen, aber wenn Leute was fallen lassen, ich bräuchte da was, dass sie sagen, okay, dort können sie sich hinwenden. Die Idee ist auch, das wäre sozusagen eine Einbindung von Sozialarbeiterinnen in bestehende sozialmedizinische Dienste, durchaus auch in Fallbesprechungen, in den Fällen, wo es vielleicht günstig wäre, näher nachzuschauen, auch dort zu überlegen, vielleicht können sie auch in der Fallarbeit hilfreich sein. Die Idee ist auch, stärker mit Hausärztinnen, da hat sich auch sehr stark herauskristallisiert, Hausärztinnen sind die zentrale Ansprechpersonen für ältere Menschen und sind oft überhaupt dieser Situation, dieser Rolle überhaupt nicht bewusst, die sie eigentlich haben für die Menschen, ob es nicht hier gelingen könnte, hier stärker zusammenzuarbeiten, in Form von Gemeinschaftspraxen, das ist auch sehr visionärer Gedanke. Und sowas wie einen auch, das ist ja in auf die Sozialkommune hingedachten, Aufsichtsbeirat in Gemeinden, wo diese Fragen von Pflege und Pflegebegleitung auch auf Gemeindeebene näher angeschaut werden. Die letzte Arbeit hat sich sozusagen mit den Fragen von Möglichkeiten und Grenzen von Case Management in der ambulanten Altenhilfe auseinandergesetzt. Da wurden bestehende Angebote im Pflegebereich analysiert, ganz knapp zusammengefasst, zentrale Ergebnisse. Es gibt unterschiedliche Anbieterinnen und Kostenträgerinnen in diesem Feld und es gibt auch unterschiedliche Sichtweise von Case Management, wobei eine sehr stark im Vordergrund steht und der Herr Fenning hat, glaube ich, die beste Erklärung dafür gegeben. Es steht eher die im Vordergrund, wo die Bedürfnisse der Kosten- und Leistungsträgerinnen im Vordergrund stehen und nicht die Bedürfnisse der Betroffenen selbst. Es gibt unterschiedliche personelle Besetzungen, Implementierung ausschließlich auf Fallebene und es gibt sehr starke Zugangsbarrieren. Es wurden dann auf Basis des bestehenden Case Management Modell auch sozusagen ein Plädoyer oder ein Vorschlag für ein Bedürfnis- und ressourcenorientierten Ansatz für Pflegebedürftige und deren Angehörige, also das ist gleichzeitige Sichtweise, also gleichzeitig diese zu betrachten. Doch auch ein starkes Plädoyer für die Unabhängigkeit von Kostenträgerinnen und Leistungserbringern, auch vor dem Problemhintergrund, dass sozusagen die eigene wirtschaftliche Notwendigkeit, effizient zu sein, mit dieser Bedürfnisorientierung oftmals sehr stark in Konflikt gerät. Dann ein Vorschlag für eine anwaltschaftliche Funktion und sozialarbeiterische Blickrichtung der Case Managerin, also eine sehr starke Orientierung dieses eigentlich wieder genuin eigentlich sozialarbeiterischen Zugangs zu Case Management. Da wurde auch eben dann ein adaptierter Modellvorschlag nach den Phasen des Regelkreises entworfen. Ein niederschwelliger Zugang, nicht ausschließlich KOM-Strukturen, auch in den Fällen hat sich sehr stark herauskristallisiert, Sozialarbeit könnte dann erfolgreich sein, wenn sie sehr stark zugehend arbeitet. Das ist ja etwas, was zum Teil im Krankenhaus sehr gut funktioniert, wo in den sozialmedizinischen Diensten Sozialarbeitern auf die Menschen zugehen. Und so etwas wie Kontinuität ist ein wesentlicher Faktor. Das ist nur ganz kurz, auf das kann ich im Detail nicht eingehen, dieser adaptierte Modellvorschlag. Ja, also Voraussetzungen. Eine Kollegin hat sich damit auseinander gesetzt, welche Voraussetzungen, es braucht nicht nur einen Vorschlag auf der Fallebene, sondern auch auf Systemebene wäre notwendig, dass es einen klaren politischen Auftrag gibt, finanzierende Institutionen und es braucht so einen stärkeren Aufbau von regionalen klienten orientierten Dienstleistungsnetzwerken und und auch einen klaren Organisations- und Personalentwicklungsprozess in diesem Bereich. In der Analyse der unterschiedlichen Möglichkeiten ist doch klar herausgekommen, dass ein Angebot durch neutrale Instanzen günstig wäre in diesem Zusammenhang, weil hier am ehesten sozusagen diese bedürfnisorientierte Sichtweise gewährleistet werden kann. Bestehende Grenzen ist der fehlende politische Auftrag schon eine Vernachlässigung systematischer Abstimmungs- und Vernetzungsprozesse, wie es derzeit der Fall ist, auch eine mangelnde Qualifikation der Case-Managerinnen, auch den internen und externen Veränderungsanforderungen wird zu wenig Beachtung geschenkt. Case-Management statt Organisationsentwicklung, Case-Management statt Qualitätssicherung und nicht sozusagen als integraler Bestandteil. Es fehlt auch in Österreich Forschung, Evaluation und Weiterbildung sowie Qualifizierung und was auch vielfach zu bemerken ist, es gibt oft einen verkürzten Einsatz von Case-Management, nur Ausschnitte des Verfahrens kommen zur Anwendung. Abschließend vielleicht eine Vision an der Verordnung von sozialer Arbeit im Prozess der Pflege, das ist die Grafik, die wir zu diesem Projekt gemacht haben. Interessant ist Sozialarbeit durchaus vertreten, das ist nämlich am Anfang, zu Beginn des Prozesses zum Teil, also im Sozialdienst im Krankenhaus. Dort gibt es in einigen Spitälern schon eine sehr starke Integration von Sozialarbeitern auch im Entlassungsmanagement und in der Unterstützung und ganz interessant am Ende des Prozesses im Bereich der Palliativpflege, Hospiz, nach dem Konzept ist dort soziale Arbeit integral integriert und das Plädoyer wäre sozusagen auch für den Bereich dazwischen Umsetzungsvorschläge, Versuche sozusagen mit den möglicherweise genannten oder auch anderen Methoden hier den Menschen etwas anbieten zu können, um dieses erweiterte Pflegesetting zu gewährleisten. Und das versteht sich sozusagen nicht als Konkurrenzangebot zur bestehenden Pflege. Ich denke, die Pflege hat ja auch von ihrem eigenen Anspruch sehr stark den Anspruch, ganzheitlich zu sein. Auch vom Konzept her gibt es ja in der Pflegewissenschaft klare Ansätze, diesen holistischen Ansatz zu verfolgen. Ich denke, in der Praxis kommt es nicht dazu. Also durch diesen Druck, der beschrieben worden ist, ist es glaube ich, haben die Dienstleistungsanbieterinnen nicht die Möglichkeit sozusagen, dies alles abdecken zu können. Und hier könnte man in einen produktiven Diskurs treten, sozusagen, ob soziale Arbeit selbst sehr stark in das Feld hineingeht. In manchen Bereichen wäre das absolut sinnvoll, weil so hier auch die professionelle Ausbildung dazu da ist. In manchen Bereichen könnte es zu einer sozusagen interdisziplären Zusammenarbeit kommen. Weil wenn man sich jetzt hier anschaut, sozusagen, nach dem Konzept, den Standard Sozialarbeit in Palliative Care, so wird man sehen, dass viele der Punkte, die eigentlich schon 1993 festgeschrieben sind, sozusagen für den Bereich, für den ganz spezifischen Bereich, nämlich für die Palliativpflege, Hospiz und so weiter, viele dieser Dinge, die wir hier uns angeschaut haben, eigentlich dort schon verankert sind. Also es gäbe Potenzial, diese Punkte zu übernehmen und vielleicht mit den genannten Vorschlägen oder auch anderen Vorschlägen sozusagen auf den erweiterten Bereich zu bringen. Und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, ein Beitrag. Ich denke, die Sozialarbeit kann das. Sie hätte das Potenzial, sie muss es jetzt sozusagen auch unter Beweis stellen oder sich auch sozusagen aufzeigen, dass man auch in dieses Feld eintreten möchte. Damit bin ich am Schluss meiner Ausführung. Der unangenehmste Aspekt der Moderation ist immer, dass man die Verantwortung für die Zeit hat. Und man hat nur mehr maximal 20 Minuten Zeit. Ich würde Sie bitten, dass Sie auch gemerkt, die daran werden, hätten noch so viel zu fragen. Ich habe Sie sich vielleicht kurz umgedreht, an der Tretergruppe und es fragen, wie es gibt, dann würden Sie bitten, dass ich jetzt stellen werde. Und dann kommen wir zu Ideen wie, wir optimieren das noch, anstatt grundsätzlich zu stellen, das so passt zwischen Frauen 50, 55 plus. Es ist interessant, das hat sich der Klick gesteigert. Und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt sagen, ich wollte eigentlich schon wegkommen, was kann die Sozialarbeit nicht alles gut ist und schön ist, weil das wissen wir eh, dass das kann. Untersucht und nicht untersucht. Aber es war unkürzlich, ich weiß dann etwas, ich meine, ich kann da nicht ein ganzes Konzept auf dich achten, dass ich das nicht eine Sekunde anschaue, ich frage ich es still nur und sage, die Schere geht auseinander. Die Frage wird es nicht mehr in dem Ausmaß gehen, aber solange es gibt, wollen wir, dass Sie es tun, stellen Sie es nicht, ich frage ich und sage, ein bisschen kurz zu gehen, ich sage, geh, soll ich es jetzt lassen, ja, weil dann geht die Dinge besser, so, ich bin fertig, mehr kann ich das tun. Okay, also, da vielleicht ad hoc dazu, also, es war jetzt nicht möglich, so lange in der Kürze der Zeit nicht finanziert, auf das einzugehen, wenn das Eindruck entstanden ist, dann entschuldige ich mich auch dafür. Also, in dem Konzept, ich denke, wir haben uns schon mehr auch mit dieser Frage auseinandergesetzt und auch eine Frage, die auch in diesem Prozess zum Beispiel, wo ich denke, soziale Arbeit auch etwas leisten kann, ist am Beginn des Prozesses sich grundsätzlich auch zu überlegen, also, das, was ja in vielen Bereichen oder die Forschung ja sehr deutlich zeigt, dass sie das so automatische Verantwortung zur Übernahme, das gelernt zu sich, wenn man das so, ja, ja, ja. Referenz Sie das mit Männer, bitte. Die Männer für Wirklichkeit, das kommen wir dazu zu, die Pflege, ich kann das nicht wissen. Ich denke, wenn es gelingt, oder am Anfang auch, das ist jetzt kein Prädoyer, das unbedingt dafür, also alles in der ambulanten Bereiche behalten werden, toll, das wäre ein mies Verständnis. Ich glaube, unsere soziale Arbeit dazu beitragen.